Heute möchte ich euch nochmal einen Beitrag zur kognitiven Dissonanz einstellen. Warum ist mir dieses Thema so wichtig? Was mir auffällt ist, und das war auch schon in der Narzissmusaufklärung so, dass Menschen ganz schwer aus ihrer kognitiven Dissonanz herauskommen, wenn sie in Angst sind, wenn sie wie versteinert sind. Sie wissen eigentlich, in welch desolater Lage sie sich befinden, aber sie wollen es nicht wahrhaben. Und genau aus dem Grund passieren Katastrophen, die für den Menschen verhindert hätten werden können. Ich möchte euch das Ganze anhand des Untergangs von Pompeji einmal näher bringen. In geo.de habe ich einen Artikel gefunden, Zitat Pompeji, 22. bis 23. August, 79 n. Chr. Seit Anfang August bebt die Erde von Pompeji fast täglich. Wasserleitungen zerbrechen. An den Häusern bilden sich Risse. Unter der Erdoberfläche bahnt sich die Katastrophe an. Große Magmamengen steigen aus dem Erdmantel in die Erdkruste unter dem Vesuv und füllen die Magmakammern. Der Druck auf den Pfropfen aus erstarrter Lava, der vom letzten Ausbruch oben im Schlot zurückgeblieben war, wächst und wächst. In den frühen Morgenstunden beginnt der Untergang Pompejs und die Katastrophe nimmt seinen Lauf. Das Magma des Vesuvs ist inzwischen so hoch gestiegen, dass es grundwassergefüllte Bereiche im Vulkankegel erreicht. Der Kontakt des Wassers mit der glühenden Masse löst eine Wasserdampfexplosion aus, die den verstopften Schlot des Vesuvs freispringt. Nun lastete kein Druck mehr auf dem Magma. Die darin gelösten Gase dehnten sich schlagartig aus und reißen die Gesteinsschmelze in Fetzen. Als Gas- und Aschewolke werden sie aus dem Schlot geschleudert. Der Himmel verdunkelt sich. Schon gegen 13 Uhr ist das Gebiet östlich des Vesuv von einer mehrere Zentimeter dicken, weißen Ascheschicht bedeckt. 24. August 79 n. Chr. 14 Uhr Bis zum Nachmittag hat sich über dem Schlot des Vesuv eine bis zu 30 Kilometer hohe, säulenartige Gas-Aschewolke gebildet, in der sich heftige Gewitter entladen. Der oberste Teil breitet sie sich nach allen Seiten aus und nimmt so die Form einer Pinienkrone an. Die Säule wird durch den Wind in südöstliche Richtung getrieben. Dann fallen ihre einzelnen Bestandteile auf den Boden nieder und bilden in Pompeji und dem Nachbarort Oblontis eine Ablagerungsschicht von zwei bis drei Metern Höhe. Plinius, der antike Augenzeuge, beschreibt nicht nur präzise die Form der Wolke, sondern auch die Gewitter in ihr. Eine schaurige schwarze Wolke, kreuz und quer von feurigen Schlangenlinien durchzuckt, die sich in lange Flammengaben spalteten. Blitzenähnlich, nur größer. Große Lavabomben, Lapilli und Bims, hageln auf die Erde nieder. 15 bis 16 Uhr Bestand der Ascheregen am Vormittag noch aus weißem Bims, so fällt am Nachmittag grauer Bims. Der Farbwechsel zeigt eine Änderung in der chemischen Zusammensetzung des Magmas und des Auswurfs an. Die Säule wird instabil. Ihr partielles Zusammenfallen hat das Entstehen von giftigen Gaswolken und den ersten pyroklastischen Strömen zur Folge. Das sind Glutaschewolken, die mit hoher Geschwindigkeit an den Hängen des Vesuvs herabrasen und dann Herkulaneum zerstören, dessen Einwohner zum größten Teil aber bereits geflohen sind. Das vom Vesuv weiter entfernte Pompeji wird nicht von diesen ersten Glutwolken erreicht, weshalb der größte Teil seiner Einwohner überlebt. Einwanderst war zwischen 15 und 16 Uhr an diesem 24. August 79. Weiter 17 bis 24 Uhr. Bis zum späten Nachmittag lässt der Druck aus dem Schlot etwas nach. Weitere Teile der Gasaschewolke brechen zusammen. Neue pyroklastische Ströme rasen mit einer Temperatur von bis zu 500 Grad Celsius und mit über 100 Stundenkilometern über Herkulaneum hinweg. Das Gebiet am Hafen wird nun überrollt. Die Flüchtlinge in den Arkaden sterben. Selbst jene Flüchtlinge, die mit ihren Boten schon auf dem Meer sind, werden von der Todeswolke eingeholt. Einwand nochmal. Pompeji ist viel weiter weg. Die Leute hätten immer noch fliehen können. Weiter. 24 Uhr an diesem 24. August 79. Vom frühen Abend bis in die tiefe Nacht weicht die erste explosive Phase einem intensiven Ascheregen. Auch heißer Schlamm fliegt nun aus dem Schlot. Aus den in die Luft geschleuderten Fetzen werden im Flug kleine Kügelchen, die dann auf Pompeji niederprasseln. Aus dem Krater ausfließende mächtige Schlammströme gelangen nun ebenfalls in die Stadt, die bereits unter einer meterdicken Ascheschicht liegt. Viele Häuser sind eingestürzt, andere fast vollständig verschüttet. Die Luft ist trocken und heiß und so von feinem Staub erfüllt, dass viele Menschen allein beim Luftholen qualvoll ersticken. Die noch Lebenden sehen voller Angst der Nacht entgegen. 25. August 79. 1 Uhr bis 10 Uhr. Kurz nach Mitternacht erschüttert ein neues Erdbeben Pompeji. Gebäude, die bis jetzt standgehalten haben und ein letzter Zufluchtsort gewesen sind, stürzen ein. Die Menschen darin werden von den Trümmern erschlagen. Als der Morgenkraut hat die Eruptionstätigkeit nachgelassen. Die letzten Überlebenden kriechen aus ihren Verstecken und versuchen aus Pompeji herauszukommen. Einwand, jetzt erst. Versuchen sie aus Pompeji herauszukommen. Und nochmal zur Erinnerung, bereits seit Anfang August zeichnete sich die Katastrophe ab. Aber die Menschen mögen wohl gedacht haben, so wie heute, wird schon nichts passieren. Weiter. Doch immer wieder rasen pyroklastische Ströme mit orkanartiger Geschwindigkeit die Hänge des Vesuvs herab. Sie verwüsten die Region im Umkreis von 15 Kilometern um den Vulkan endgültig. Alles Leben erlischt. Während des 25. August lassen die Explosionen nach. Am Abend hören sie vollständig auf. Asche und Bimsstein bedecken nun ein großes Gebiet. Die starken Regenfälle, die durch das Aufsteigen gewaltiger Mengen von Wasserdampf in die Atmosphäre hervorgerufen werden, verbinden dieses Material zu dichten Schlammströmen, die nun durch die Täler an den Hängen des Vulkans herabstürzen und weitere Verwüstungen anrichten. Innerhalb eines Tages und einer Nacht ist aus einer blühenden Landschaft eine leblose Wüste geworden. Zitat Ende. Was mir persönlich aus meiner Arbeit und auch aus persönlichen Beobachtungen auffällt, ist, dass der Mensch nicht lernt und dass der Mensch abspaltet. Und das ist diese sogenannte kognitive Dissoziation. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Die Menschen sind sicher größtenteils nicht dumm. Sie sehen, was vor sich geht, aber sie wollen es nicht, weil sie sich das Ausmaß einfach nicht vorstellen wollen. Sie leben in dem Glauben und der Hoffnung, dass schon nichts passiert. Und aus diesem Grund ist alles übel dieser Welt passiert. Aus diesem Grund hatten Partnerschaften Bestand, die für einen von beiden letztendlich tödlich endeten. Aus diesem Grund sind die Kriege dieser Welt geschehen, weil die Mehrzahl der Menschen nicht zu dem Zeitpunkt aufgestanden ist, als es begann, zu rumoren. Später dann, als man schon eindeutig gesehen hat, es rumort, trat und tritt eine gewisse Gleichgültigkeit ein. Jetzt komme ich zu unserer heutigen Zeit. Wenn du hörst, wie unsere Politiker ganz offen über Krieg sprechen, und das schon eine gewisse Zeit lang, dann kann einen ja schaudern, aber der Aufschrei aus dem Volk kommt von Einzelnen. Die breite Masse macht einfach weiter. Sie dulden alles, sämtliche Schikanen, Ausgrenzungen. Nicht nur das, sie machen sogar mit. Sie nehmen es einfach hin, was sie hätten verhindern können, wenn sie zusammengestanden hätten. Und wir haben nicht nur ein paar Tage Zeit, wie damals im August 79 nach Christus, sondern wir haben schon eine lange Zeit mitgemacht und gesehen, was hier passiert und dass sich alles immer mehr zuspitzt. Und inzwischen redet man ganz schamlos über den Krieg, egal ob es der Papst ist oder Politiker weltweit. Und wieder wird dissoziiert. Ach, wird schon nicht passieren. Ach, bestimmt haben wir trotzdem Strom und Gas im Herbst. Ach, wird doch nicht abgeschaltet, ist bestimmt nur Panikmacher. Die werden sich schon was einfallen lassen. Es wird öffentlich bekannt gegeben und schon die zweite Warnstufe ausgerufen vom Habeck. Aber kein Aufschrei öffentlich und auf vorgehaltener Hand spricht eine Handvoll Menschen darüber. Was tun wir? Wie bereiten wir uns vor? Was können wir tun? Sollten wir vielleicht auswandern? Und, und, und. Aber die breite Masse will davon überhaupt nichts wissen. Sie wollen es nicht einmal hören. Das heißt, sie hören es und denken gleichermaßen fast im selben Moment, so weit wird es ja nicht kommen. Sie bereiten sich nicht vor. Und nicht nur das nicht, sondern sie tun auch nichts dagegen. Dagegen tun kann das Volk nur was, wenn es gemeinsam aufsteht. Mir fällt auf, dass die meisten Menschen es einfach hinnehmen, dass ein so reiches Land wie das unsere hier in Deutschland vor die Hunde geht, dass es dem Bach runter geht, dass man es nicht glauben kann. Wenn du nicht dissoziierst, dann siehst du es ganz deutlich. Wenn du dissoziierst, willst du es nicht sehen. Und genau das beschwört Katastrophen herauf. Danke für eure Aufmerksamkeit.